Die Vorbereitungen bei Holstein Kiel für die kommende Saison laufen. Am Dienstag hieß es, aufstellen fürs Mannschaftsfoto. Das, was angesagt wird, wird umgesetzt. Eine Sache, wenn jeder mitmacht, von für jeden 10, 15 Minuten, dann ist es fertig. Musik 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 1, 2, 3 Kommen ja manchmal ein paar lustige Bilder dabei raus. Also von daher viel Spaß eigentlich auch. Die Fotos sind im Kasten, der kurze Spaß ist vorbei. Am Mittwochabend geht es im Prestigeduell beim VfB Lübeck um den schleswig-holsteinischen Landespokal. Musik Musik